Was passiert eigentlich bei SamenMeyer, wenn du in unserem Webshop auf Bestellen drückst? Das schauen wir uns jetzt an. Hier sind wir im Büro, da kommen die Bestellungen rein. Dankeschön. Übrigens, du kannst rund um die Uhr online bestellen. Und wenn du von Montag bis Freitag vor 10 Uhr bestellst, können wir am gleichen Tag noch die Lieferung rausschicken. Hier sind wir schon im Lager. Da findest du die über 200 verschiedenen Bio-Samen und alles, was du sonst noch in unserem Webshop findest. Jetzt schauen wir uns die Verpackungsstation an, wo der Philipp vielleicht gerade deine Bestellung verpackt. Hallo Philipp. Hallo. Auf der Verpackungsstation werden deine Artikel händisch zusammengestellt und mit Graspapier nachhaltig und ohne Plastik verpackt. Übrigens, wir liefern versandkostenfrei europaweit, egal wo du qualitatives Saatgut benötigst. Ein Tipp von mir. Auf unserer Homepage findest du saisonale Ideen, wann du welche Samen zur richtigen Zeit anpflanzen sollst. Wenn du mehr über SamenMeyer und unser samenfestes Bio-Saatgut erfahren möchtest, abonniere hier unseren YouTube-Kanal, aktiviere die Glocke und du verpasst keinen Beitrag mehr. Also, Pflanze Vielfalt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.